Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir gehen heute in die Tick-Tackt-Dalaxie, die wir beim letzten Mal nach Sternenteilen ringend freigeschaltet haben. Und zwar in die Mission Tick-Tick-Tick Silbersterne. Okay, es wird wahrscheinlich auf Zeit gehen und man muss Silbersterne sammeln. In einer Welt, die sich die ganze Zeit an- und ausschaltet. Aber ich habe gerade gesehen, die Gegner sind da auch nicht runtergefallen. Dann nehme ich mal an, dass wir einfach in eine andere Dimension gebeamt werden würden, wenn wir da draufstehen. Und das kann für niemanden gut sein. Okay, einfach auf die Musik hören. Das war merkenswert knapp und es geht vielleicht doch nicht auf Zeit. Das war auch wieder sehr knapp. Okay, das ist alles sehr knapp, aber es ist sehr cool. Es macht sehr viel Spaß, Sachen so knapp zu schaffen. Ich sammle mal fleißig Sternenteile, nur für den Fall, dass ich sie mal irgendwann wieder brauche. Wo ist der letzte? So, das ging doch einfach als gedacht. So, mit Timing, irgendwie kann ich manchmal dann doch in Mario spielen. Also gerade, wenn es so akustisch großartig einem angezeigt wird. Oh, jetzt bewegen sich die Dinger nicht mehr. Nein! Das kannst du keinem erzählen. Natürlich muss ich sie nochmal sammeln. Alles andere wäre ja... langweilig. So, das war etwas... Ah! Oh. Oh, Batterie. Ich muss darauf achten. So, ich wollte gerade nichts wegdrücken. Bin nur auf die Taste gekommen. Okay, und jetzt werde ich es wahrscheinlich wieder ewig nicht schaffen. Wie das immer ist, wenn man mal irgendwann was geschafft hat... Und dann stirbt man kurz zum Ende, dann wird man die nächsten Versuche es nie wieder so gut hinbekommen. Ich hasse das. Nein! Wow! Was? Ich dachte, ich wäre nach rechts einfach geschwungen. Ich bin aber anscheinend schräg gehüpft. Ich sammle hier so viele Sternteile. Ich glaube nämlich, die bleiben. Also, die werden... Nicht nur, weil ich jetzt sterbe... Werden die nicht resettet. Was eigentlich ganz gut ist. Das war gewagt bei meiner... Tollen... Tiefendenkfähigkeit. Jetzt sind die beiden Helmys hier noch. Ah. Ich werde sie einfach vermeiden. Können ja nichts machen, solange ich nicht auf ihre Felder hüpfe. Dam, dam. Da, da, da. Eigentlich ein ganz geiles Level gefällt mir. Also, mit dem Timing, da habe ich immer Spaß dran, wenn ich dann diese Weitsprünge mache und mich noch gerade so auf die rettende Plattform drehe. Das fühlt sich immer sehr, sehr cool an. Der 33. Stern und 15 Kometenmünzen. So, ich will mal gerade mal kurz gucken. Ne, nicht den Postbund. Mario, ein Brief für dich! Herausforderung. Schnell, schnell! Wir machen einen Wettflug in der Gleitfluggalaxie. Sei kein Frosch, sei kein Frosch. Hey, 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 hey. Dein Tukutukern. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ich würde gerne zu dem Sparenden, zu meinem Banktot gehen. Bist du das nicht? Hallo, ich bin ja lagertot. Äh, dank mir kannst du deine Sternteile mit jedem auf den anderen Spielstand teilen. Bla, bla, bla. Sag mal einfach bla, bla, bla. Wenn du allein dieses Spiel spielst, kannst du sie auch so in meinen Abbot geben. Natürlich mit Bonus. Nimm diesen Bonus, da du so vertrauensvoll deine Sternteile bei mir eingeladen hast. Ein Sternteil. Dein Lagerstand beträgt seit 225. Möchtest du auf deine Sternteile zugreifen? Ja, bitte. Ich will weiter einzahlen. Vielleicht gibt das ja echt einen guten... Ich weiß nicht. Vielleicht kriegt man da ja echt einen guten Bonus, wenn man genug eingespart hat. Und es bringt mir nichts, die mit mir rumzutragen. Mein Lager für Sternteile, bla, bla, bla. So, hier hatten wir alles gemacht erst mal. In der Welt 2. Da auch. Da, bis auf den, äh, den, den Kometenstern. Aber die sind mir egal. Hatte ich gesagt, hier, die Sinkfluggalaxie hat noch etwas. Achso. Ich muss erst in die Welt rein. Finde ich immer noch ein bisschen nervig. Aber kriege ich schöne Sternteile auf der Map. Die Sinkfluggalaxie. Ja, da ist jetzt der Takatuka Ultra, wollte ich gerade sagen. Aber nein. Takatuka Ultra sind was anderes. Der Tukan da. Wettflug, Wettflug, alle um die Wette. Ja, wie soll man denn sonst einen Wettflug machen? Nicht um die Wette. Einfach nur Spaß, deswegen wäre es kein Wettflug. Ja, doch schon. Aber dann ist das Wort irgendwie ein bisschen blöd. Ah, da haben wir wieder unseren aufgequollenen Ho-Oh. Tritt an, tritt an. Ich bin allzeit bereit. Ich bin der Allerbeste. Wie keiner vor mir war, häng dich an den Tuku-Gleiter und tritt an gegen mich. Ich habe noch kein Rennen verloren. Ich nehme es an. Ich mache es. Wettflug, Wettflug. Du wirst schon sehen. Ich gebe alles. Los geht's. Oh Gott. War das mit Fernbedienung horizontal halten? Ich glaube. Wenn nicht, dann werde ich jetzt sehr schief fliegen. Ich versuche mal, ohne irgendwo gegenzustoßen, hier möglichst krasse Boost rauszuholen. Die Steuerung ist halt nicht sehr genau. Also Bewegungssteuerung ist einfach nicht... Bewegungssteuerung ist niemals so genau wie ein Joystick. Habe ich immer das Gefühl. Also es fühlt sich zumindest nicht so an. Vielleicht jetzt... Also genau ist vielleicht nicht das richtige Wort. So, so... Das Feedback ist einfach nicht so gut. Warum sind wir denn eigentlich so weit vor mir? Ich vergaß. Wir können ja nicht runterfliegen. Äh, hochfliegen. Mit diesem guten Vogel. Komm hier, der Turbosprint. Aber es reicht nicht. Das wird nur Vierter. Und nicht mal die Bestzeit bekommen. Aber knapp an der Bestzeit vorbei. Kleiner Klempner, Klempner Klein. Willst du nicht immer Gegner sein? Obwohl, du hast ja gar keine Federn. Kannst du mal fliegen. Siehst mir eher aus wie frisch geschlüpft. Na ja, da bissen sie mich gerade. Und Mario stand da gerade komisch rum. Vor dem Zaun, hinter dem er eigentlich stehen müsste. Ah, das Rennen geht einfach normal direkt los. Ich darf halt nirgends gegenfliegen, nehme ich an. Kann ich irgendwie... Nee, ich kann, glaube ich, nicht irgendwie... Irgendwie beschleunigen. Außer das hier zu... zu machen. Nicht bremsen ist auch eine Art von Beschleunigen. Ich bin mir die liebste Art von Beschleunigung. Warum sind die denn alle vor mir? Ich mach doch gerade nichts falsch. Ich find das gemein, wenn die so krass vor mir sind. Ich flieg aber da unten durch. Das scheint mir eine Abkürzung zu sein. Hab ich gerade eben bei dem einen gesehen. Oh ja. Hier kann man einfach durchfliegen. Im Sturzflug. Ohne irgendwo ranzugeraten. Und dann ist man auch erster. Man muss also einfach den perfekten Weg finden. Ich verstehe. Naja. Das war dann doch easy. Also, für mich ist sowas immer einfach. Ich bin ein Profi. Versteh das nicht, versteh nicht. Meine Bestzeit. Futsch, futsch. Du bist jetzt auf Platz 1. Als Bester brauchst du eine Trophäe. Trophäe. Hier, nimm den Stern. Nimm den Powerstern. Okay. Papageien oder alle möglichen Vögel, die ich in meinem Kopf irgendwie mit Papageien in Zusammenhang bringe, erinnern mich immer an die drei Fragezeichen. Und Blackie. Da, da, da. Die Papageien. Die drei Detektive. Justus Jonas. Peter Shaw. Bob Andrews. Die drei Fragezeichen. Da, 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 da. Ich bin der beste Technomusikvertoner. In der Welt. Das ist ein Fakt. Oha, dieses Mal hast du also einen Plapperflattermann mitgebracht. Gab es nichts Leiseres? Hahaha. Wahrscheinlich. Hörst du das leise Lied der Sterne? Nicht? Nun, das könnte wohl am turbulenten Tukutukan liegen. Tukutukan. Schöner Name. Geh doch mal zu ihm rüber und sorge dafür, dass er Ruhe gibt. Danke. Nein. Der wird dich jetzt vollplappern bis ans Ende deiner Tage. Okay. Nee. Für den Sternteil warte ich nicht mal. Das ist mir einfach nicht wert. Aua. Guck mal da, kleiner Tod. Da sind wir aneinander geraten. Ich muss jetzt aber weiter. Und zwar Weltenkarte. Weltenkarte. Und zwar habe ich hier... Oh, hier fehlt mir noch was. Hier auch. Dann gehe ich auch noch mal hier hin. Ich dachte, hier hätte ich alles geholt. Ach, Mann. Wieso kann man die Level nicht direkt so anwählen? Das ist ein bisschen doof, finde ich. Die Grusel-Ether-Galaxie. Ach, war hier nicht so ein Geist aufgetaucht? Wurde uns das nicht mal gesagt? Bezwinger des Spuk-Korridors. Da bin ich aber durchaus gespannt. Was hier denn spukig jetzt auf uns zukommt. Diese Dimensionen-Fresser da. Hi, Luigi. Tschüss, Luigi. Meine Sternteile. Ich versuch's gar nicht mehr, hier rechts reinzugehen, in diesen Bonusraum. Kann ich ja eh nicht. Die Boos tun ja nichts. Schau ihnen bloß nicht in die Augen. Niemals. Niiiihihi. Oh. Er ist ein süßer kleiner Uhu. Soll ich niemals in die Augen schauen? Aber dann bewegen sie ja nicht. Das hat bestimmt ein Buhu geschrieben. Typisch. Oh. Ich dachte, der Catch hierbei ist jetzt, dass da, wo die Münzen sind, Plattformen sind. Irgendwie habe ich darauf vertraut. Ich fühle mich, als wäre mein Vertrauen missbraucht worden. Okay, die Kamera kann ich nicht drehen. Ah. Wow, das war knapp. Ja, ja, ja. Nein. Weiter geht's. Ja, das ist ja ganz nett. Das Level. Au. Einfach nicht sehr nett. Bin mir auch noch blöd runtergefallen. Da dachte ich, ich schaff's gerade nur noch so. Aber nee. Das ist wohl die Rache dafür, dass ich's gerade eben so knapp geschafft hab. Okay. Das mögen die anscheinend nicht. Auch abgeschlossen werden. Dann drehen die sich um. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Ey. So, ich hab gerade 50 Sternteile gehabt. Ich will nur mal kurz sehen, ob das tatsächlich zurückgesetzt wird oder nicht. Ne, wird's nicht. Jetzt sollte ich mich einfach drauf konzentrieren, nicht in den Abgrund zu fallen. Und nicht so sehr darauf, die Sternteile um ihn zu bekommen. Aber, aber, ich will doch die nächste Gourmet-Luma-Galaxie wieder ganzartig freischalten. Und außerdem, wenn ich mir die hier im Vorfeld hole, kann ich mich jetzt hier auch drauf konzentrieren und hab trotzdem alle Sternteile. Das tauscht man dann immer gegen ein Leben. Und eins kriegt man dann alle zweimal wieder. Weil 100 Sternteile bringen ja ein Leben. Es gibt da bestimmt irgendwelche Level, in denen man am besten Sternteile farmen kann. Es gibt bestimmt im Internet eine Liste, die sagt, hey, hier kriegt man am besten eine Milliarde Sternenteile innerhalb von zwei Sekunden. Dann wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Selbst da unten haben sie sogar noch was versteckt. Das ist ja irgendwie ganz schön. Ah, okay, ich kann die Kamera hier wieder doch wieder selber drehen. Jetzt nicht mehr. Da, 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 da. Habe ich mir den Stern wohl gekrallt im Spukkorridor? Äh, Korridor? Das war irgendwie kurz, das Level. Habe ich mir ein bisschen länger vorgestellt, irgendwie. Ich weiß nicht. Kam mir noch nicht so vor, als wären wir schon durchs Level durch. Und 160 Sternteile einfach mal so mitgenommen. Ja, ein Ausrufezeichen über den Kopf, da rede ich nicht mit ihm. Ausrufezeichen sind für mich der, der kleine Punkt des Mann, äh, der, der Mann, der Punkt des kleinen Mannes. Ja, so sage ich das immer. Wo andere Leute, vernünftige Leute, einen Punkt setzen, ersetzen. Kleine, besorgte Männer, ein Ausrufezeichen. Die rote Nase des blauen Sorbetty. Hätte ich fast vergessen, den Namen vorzulesen. Den Namen des Levels. Das ist ein bisschen lang, der Titel. Also so werde ich die Folge auf jeden Fall nicht nennen. Nee. Kann ich versprechen. Da ist doch wer drin. Kleine Häschen. Dann wollen wir noch mal gucken, wie sich hier Stein schlägt. Wir werden so richtig zu so einem Schneemann, äh, zu so einem Schnee, Schneeball. Was cool wäre, wäre, wenn man wirklich, sagen wir uns, so ein Schneemann werden würde. Was wäre irgendwie komisch. Physikalisch einfach. Hatten wir das eigentlich schon mal woanders noch in einem Level? Diesen Würfel. Ja, komm, wieder Bowser. Wie das letzte Mal. Guck mal, sowas kann ich mir merken, aber... Keine Ahnung. Vokabeln oder anderes. Was ich in der Schule mir aneignen... Naja, wollte nicht unbedingt, aber... So gesagt wurde, eigne ich das mal an. Und ich es theoretisch vielleicht sogar mal kurz versucht habe. Das geht denn wieder nicht. Bestimmt haben die Gegner hier. Die Dinger in sich. Okay, vielleicht... Die Goombas kaputt machen? Nein. Also vielleicht doch, aber... Wie mache ich euch denn kaputt? Ja, so nicht. Hallo? Hopp, hopp, ich habe doch nie gesagt, euch hier etwas versteckt sein. Nein, definitiv kein Sternenschiebs. Äh, hier... Au. Okay, Freundchen. Au. Für die alle meine Sternteile. So, ich habe gerade erst gesehen, dass hier auch ein... Stein-Ding ist. Ich mache einfach alles kaputt. Ja, lustig. Da machen wir jetzt das Schneelevel anstatt... Mit Feuer, mit Steinen. Ein Mix der Elemente. Aha. Jetzt wird es auch noch zu Pinball so ein bisschen. Okay, da können wir rein in die Röhre. Okay, das können wir nicht machen. Hau ab! Wie wir einen Schneemann bauen! Okay, größer wird die Kugel scheinbar nicht. Doch, doch, wird sie auf jeden Fall. Da möchte ich mal gucken, was passiert. Also, ob der Schneeball irgendwann eine Maximalgröße hat. Ich glaube, jetzt gerade wächst er wirklich nicht mehr an. Aber wir haben ein so ein grünes Ding plattgemacht. Das ist doch auch was. Und die ganzen Fußspuren hier sind auch sehr schön. Ich wollte da hoch. Hä? Warum ist die Kamera gerade nicht in der hergekommen? Das war nicht sehr nett. So. Dann gehe ich aber erst mal in die Röhre. Und den Baum, da will ich auch noch befreien von Schnee. Das macht irgendwie Spaß. So, wollen wir doch mal sehen. Hallöchen! Wanderaffe. Willkommen bei einem weiteren Spiel mit dem Wanderaffen. Hast du Lust auf etwas Neues? Ganz einfach. Eis laufen und Gegner treffen. Nämlich vor den Stacheln in der Nacht. Machst du mit? Natürlich! Dieser Baustellen gehört dir, wenn du 5 Punkte oder mehr schaffst. Gib dir also etwas Mühe. Oh. Ein Bonus. Ein, äh, ein Stern, den ich noch gar nicht machen sollte. Okay. Jetzt habe ich die ganzen Sternteile umsonst gesammelt eigentlich. Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Beim ersten Mal. Sehr gut. Das waren 560 Punkte. Und Stille. 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 Nach dieser Leistung muss ich dich als glänzenden Rivalen akzeptieren. Noch dazu gebe ich dir diesen Powerstern als Belohnung. Stille. Stille in diesem Spiel ist komisch. Das ist immer so, so wohlklingendes Spiel. Da hört man gerne hin. Eigentlich dumm, weil jetzt muss ich gleich die ganzen Dinger wieder einsammeln. Die Sternenchips. Wieder das Häschen, das kurz mal genannt hat. Das ist doch doof. So. Dann gucke ich doch nochmal. Ja, jetzt fehlt hier der Mittlere. Ne, den machen wir jetzt auch noch. Das werden irgendwie längere Folgen gerade. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Nicht, dass das hier zu Metal Gear 2.0 wird von der Partlänge. Na, wenn nicht sehr gut. Oh. Komm. Wir haben jetzt immer nochmal eine Chance zu würfeln. Na, immerhin. Ein Leben. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo all die Dinger sind, das wäre ja wirklich toll. Also bei einem der Bäume, dem Hinteren von uns aus gerade. Da auf jeden Fall. Oben. Auf dem Berg war noch eins. Das hatte ich, für das hatte ich gerade am längsten Gebrauch. zu finden. Also weil es das letzte einfach war. Und ansonsten, es fehlt ja auch noch eins. Ja, dann ist es da und das letzte wird dann hier sein. Ich dachte gerade kurz, wir fallen aus der Welt. Das wäre nicht so schön gewesen. Kann man genau sehen, wo wir schon waren in diesem Level. Finde ich irgendwie ganz schön. Oh, hier. Ach so. Dann weiß ich Bescheid. Jetzt nochmal Riesand. Die Piste. Riesand. Nein. Riesand die Piste runter. Ich sage gerade noch, ich dachte, wir fallen runter. Und dann dachte ich, aha, anscheinend kann man nicht runterfallen. Weil wir da so abgehalten wurden von. Jetzt passiert es mir doch. Das ist doch schrecklich. Ja, Heiko. Ich finde das lustig. Jetzt sind hier überall so ganz einzelne Fußabdrücke. Witzig. Ich mache wirklich viel Blödsinn. Verschwende damit Zeit. Was ist eigentlich hier? Nix. Der sah so versteckt aus. Ach, komm. Ich glaube, im Goomba war der letzte. Nee, anscheinend nicht. So, erstmal auffrischen. Au. Eigentlich wollte ich das Hoppel-Häschen treffen. Fehlen noch zwei. War hier eins drin? Ach so. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich war schon lange hier. Alter, hier wird man... Okay, diese Holzdinger sind nicht gut, um drüber zu rollen. Da wird man richtig abgedrängt. So, das werde ich jetzt wie ein vernünftiger Mensch machen. Und nicht denselben Fehler einfach nochmal, indem ich hier einfach wild runterrolle. Doch. Nein! Oh. Manchmal habe ich ein bisschen mehr Glück als Verstand. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja ganz, äh, traumhaft aus. Eigentlich wie Silent Hill. Ich weiß nicht. Wer von Silent Hill träumt, könnte er jetzt nicht unbedingt sagen, dass das gut ist. Ach so, der hüpft herum. Ich dachte, den hätten wir geschleudert. Ja, Silent Hill ist eine gute Spielreihe. Aber, also mit zumindest ein paar guten Spielen. Aber träumen, also inhaltlich ist das ja nichts, was man unbedingt in seinen Träumen haben möchte. Okay. Die Bowserdinger kriege ich sehr überproportional oft. Ah, die... Hier sind die Fußspuren natürlich auch sehr geil. Da helfen die mir einfach zu erkennen. Ah! Das sah aus wie so ein Weg. Zu erkennen, wo ich schon war. Ja, im Tod. Im Tod war ich jetzt regelmäßig. Und der Part hier wird wirklich tatsächlich sehr lang. In meiner Unvernunft. Okay. Nein, hier geht's nicht lang. Die Dinger sehen halt wirklich aus wie so ein Weg. Und nicht wie ein Ende. Hallo? In diesem Schneetreiben sieht man nicht einmal seine eigene Pfote vor Augen. Uiuiui, hoppelhopp. Ja, ich sehe meine eigene Pfote auch nicht mehr. Nein, möchte ich nicht haben, was du mir zu verkaufen hast. Bestimmt nur Dreck. Der will mir doch wieder irgendwas andrehen. Dieser... Dieser freche... Freche... Hoppelhase. Der ist bestimmt geflüchtet aus Hoppelhasien. Und jetzt will er uns hier Drogen verkaufen im Park. Ja. Das will er. Das ist immer sein Wurfsziel gewesen. So als Perspektive eigentlich ja ganz geil. Oh. Siehst nicht sehr glücklich aus, kleiner... Frostmann. Okay, ich hab den Bosskampf schon mal verstanden. Oh, jetzt saß der der aus. Oh, das hat schon gereicht. Drei Treffer. Ich bin halt ein Pro. Ich bin ein Pro. Wow. Fällt mir immer wieder auf, was für ein guter Super Mario Galaxy 2 Spieler ich bin. Eigentlich unglaublich. Unglaublich. Ich bin echt einfach... Einfach ein großartiger Spieler. Wow. Ich bin einfach selber beeindruckt von meinem Können. Ich bin wirklich... Ich kann vieles. Ich kann vieles. Ich bin so talentiert. Zum Beispiel 243 Dinger davon wieder haben. Sternteile, die wir einfach mal jetzt schön einsparen. Nimm diesen Mono. Ich bin vertrauensvoll mit einem Sternteil. Okay, er gibt uns immer einen Sternteil. Ich weiß nicht, ob das alles ist, was er uns jemals geben wird. Ich vertraue ihm weiterhin. Vielleicht, wenn wir irgendwelche gewissen Zahlen überschritten haben. Jetzt zum Beispiel, das klang gerade anders. Vielleicht, weil wir 500 überschritten haben. Oh, da haben wir einen Pilz für bekommen. Das ist doch ein... Sehr gut. Also ein Lebenspilz. Ein One-Up-Pilz. Ein Brief für dich. Von wem? Handbuch der Geheimtechnik. Springen, drehen, springen, drehen. Immer schön im Rhythmus. Hoppel, hopp. Kombiniert mit einem Wandsprung. Entdeckst du alle Geheimnisse? Nützliches Wissen aus dem Hasenbau. Hoppel, hopp, hopp. Dein Sternhase. Oh, Sternhase. Wäre ich auch ein süßer Name. Also dann, bis zum nächsten Mal für einen Hasen. Den würde ich nicht für Menschen vorschlagen. Für den etwaigen Partner. Das fände ich wieder ein bisschen... Aber ich bin da auch nicht so der Fan von. Okay. Hier haben wir jetzt alles... Alles das Relevante. Dann würde ich sagen... Galaxien sind übrigens sehr schön. Was hübsch. Ein hübsches Spiel. Bin schon gespannt, was hier hinten noch kommt. Noch mehr Galaxien? Wer weiß. Also, wie viel willst du haben? 1200. Knapp 600 habe ich eingespart. Das merken wir uns. Und dann beim nächsten Mal geht es in die Giga-Gumba-Galaxie. Giga-Gumba-Galaxie. Auch eine schöne Alliteration. Das war es für heute mit Super Mario Galaxy 2 und einer sehr langen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Macht's gut. Tschüss. Peace. Peace.